Also ich für mein Teil habe hier, ich gucke mich mal um, auf F gestellt. Engine Start, Stop ist auch rot. Und dann habe ich noch die Dämpter-Taste eingeschaltet. Mit, ja jetzt habe ich hier einmal die Möglichkeit mit zwei Lichtern, mit zwei roten Punkten und dann mal mit einem. Ich fange mal mit einem an. Okay, dann rollen wir mal langsam los. Ich will mal, dass wir gleich auf den Wald auflaufen, seitdem wir so drauf sind und entsprechend weit verteilen. Okay, da legen wir mal los. Ich nehme den Fuß vom Gas, klöpfe langsam an, das ist das, was wir gerade gesehen haben. Da sind die Ratterstrahlen am Ende der Ratterstrahlen, lege ich ein, Scheitel kommt und sage ich jetzt Gas. Im großen Aufgang sind wir ein bisschen vorsichtig mit dem Körs. Ich sehe noch nicht viel mehr drauf, die Gnade, weil wir noch nicht die ganze Leistung haben. Aufliegen, angebrennt. Und dann können wir noch mal die Racer kliniken, diese synthetische, weg vom Gas. Der dritte, der vierte Puller, der alleine steht in. Wir sehen, wir an, hier drüber über die Ratterstrahlen, nach links. Jetzt ist das, was reicht, das reicht. Und abschaltet, wo gehe ich wieder ans Gas, ganz vorsichtig, die folge ist natürlich. Und Achtung, angebrennt, hier ist es so ein bisschen schwierig, ich muss das nochmal einlenken, aber es ist eigentlich schon ein bisschen bummig ablehbar. Das kann man schon so ein bisschen sehen. Ja, ich bin schon dabei, fliff noch mal ein bisschen langsamer angehen, das dauert sich dann auf. Wir werden jetzt laufen, um jetzt noch immer schneller. Und jetzt, wo ich jetzt für euch einen Anlasspunkt, die Fissl, die Fissl, die Fissl, die Fissl, die Fissl, die Fissl, die Fissl. Aber, wir machen einfach mal nach, dass wir eine fustliche Kuh und das Gas, die da anziehen, und ab dem Roller, die wir das Gas, das ist ein bisschen nackiger. Und jetzt, ich kann das eine Ratschland, eine gerade, eine Ratschland. Und nach, dass ich die Fissl, die Bremse, jetzt muss ich die Bremse ein bisschen, man kann sogar noch ein bisschen Gas geben. Und dann, ich bin wieder nachgebremst, Auto nach außen laufen lassen, von außen nach innen, und wieder rausgesteuert. Ja, da läuft man noch ein bisschen langsamer. In der nächsten Runde machen wir dann über Hohlmanöver hier. Erstmal bleiben wir noch für diese Runde die Wirkungsbedürtung. Ein Runde, rufen wir auf die Bremse. Und, schau mal, ich gruniere, das hier, wenn man ja alleine steht, nicht rufen wir, da müssen wir das Auto hinbringen. Beschleunigen, über die Rattersteine links. Räufig, links, Hals, hier berechnet, wo schon ganz ein bisschen freigelenkt. Abschaltet man wieder auf Gas. Und der Bies ist dann zu hören, sehe ich, dass wir noch genügend stehen. Und der Bies ist dann die ganze Leistung ab, wir haben eh mehr als genug, manchmal sogar zu viel. Und der Bies ist dann sehr nett. Da reicht man doch das Auto mehr mit, wie die Biessektor. Bies ein bisschen, mit dem anderen Entspanntheit. Da gerade sind wirmütig, was ein Hektik aubringt. Ganz weich, andere Bremse, hier bitte noch kein Heizinkunktor aus. Wo man sich hier überziehen kann. Bitte wahrscheinlich auch so fühle ich mich. Abfaller wird dann wieder beschleunigt. Belegung leicht öffnen. Und jetzt auf die aerobischen Kucke. Schaut, dass jetzt nur die tiefen Kader aus war. Da ist gebrennt. Würste leicht öffnen. Abgas in diesem Fall. Bitte für die Vorstand, dass ich hier oben war. Die Würste ist noch nicht. Später. Eingelenkt. Jetzt machen wir mal Wechsel. Ich kann weiterhelfen. Jetzt haben wir links drüber. Und dann können wir das noch ein bisschen rein vorbei. Gerade von der Ehe, die Abwege natürlich immer direkt für die Diense an mir. Wir werden uns noch ein bisschen mittleren. So angetränken. Werden wir hier in der Pohle der Ehe steht, die brauchen wir. Und da fangen wir erst mal wieder Gas zu bieten. Über den Wasserstall in der Dienung. Das ist einfach da. So. Ich habe mir das noch nicht gerade gesehen. So wie mich aber das auch nicht hat. Na gut, ich hoffe, in der Linie. Vorne rechts. Diese rote. Wo es sich da richtig mal links. So angebrennt. Ich merke schon, dass ich auf der Sitzbrille gebremse, da ist bereits spannend. Schikaner, noch ein Stück vom Garten. Durch diese Körse, wir verblühten, wie wir sehen. So wenig es nicht mehr ist. Aufrichtig ist der Punkt, ganz recht aufhalten. Ah, gebremst du nicht zu früh an, relativ spät. Der Blick ist nach links, guckt nach links. Das ist der Frischlichen Angas mit der Hand. Und ab den Vordergrund kurz davor, wenn wir auf Gas gehen. Schicken und öffnen. Und dann... Wir hatten schon mal der Vordergrund. Hier müssen wir gerade rein, rechts, rechts, rechts. Von weg eingelegt auf rechts. Auf uns das Gas. Dann wird nachgebrischt. Und spät eingelegt. Und wie sich weicht das Ganze. Ab Roller geben wir wieder auf Gas. Dann kommen wir hier an der gleichen Stelle, diese Überholmanöver. Wir starten in der nächsten Runde. Jetzt geht nach links. Auf die Grenze. Auf eine Frage. Das ist's. Und jetzt ist es. Und das ist's. Und dann ist es. So, jetzt machen wir mal folgendes. Wir lassen die Ruppe vor uns mal fahren. Achtung, wir machen mal nix. Wir lassen die mal weit weg fahren. Und dann versuchen wir unseren eigenen Speed aufzubauen. Ich sehe schon, wie die Ruppe mal greift. Das zieht sich ein bisschen auseinander. Wir legen da noch eine Runde drauf, bevor wir den Wechsel machen, dass du hinter mir dann auch zwei ganze Runden hinbekommst. So, ich glaube der Speed ist okay, die wir fahren. Gucken wir nachher nochmal, ob wir sprechen. Das wird auch jetzt schneller. So, wir legen jetzt los. Auf geht's! 3 Stunden. Wir werden jetzt ein bisschen mehr zurück probieren. Gibt man rechtlich zu der Leidenschaft abrufen. Dann kann man noch eine Strecke machen. So, ich bin wieder eingelenkt. Nachbrennen. Noch mal kurz auf den Garn. Garn steht da eingelegt. Am Ende der Röttersteine eingelegt. Das ist nochmal kurz. Bei euch.